Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starfield. Ja, ähm, in der letzten Folge haben wir Bernie Besuch. Und jetzt sollen wir zum Bau reisen. Da tun wir doch mal reisen. Der Bau. Ach ja, genau. Da ist auch noch... Ach nee, das ist dahinter. Okay. Äh, wir gehen noch mal kurz auf den Map. Wir müssen aber erst mal kurz ein bisschen... Schiff. Wir reisen mal dahin. Kann ich? Ja, wieder mal raus da. Kurz speichern. Nein. Die werden wir auch bald loswerden. Wahrscheinlich. Wir reisen mal dahin, zum Schiff. Gucken, vielleicht können wir da helfen. Oder was abstauben. Der weiß doch schon. Das Prinzip ist ganz einfach. Gib deine Credits her, oder wir pusten dich weg. Verstanden? Gut, du bist zugänglich. Wenn du kooperieren willst, gib mir einfach, was du erübrigen kannst. Ich lass mich nicht beklauen. Ja, machen wir's schnell. Du bist tot. Okay. Brauchst du was? Wir können nicht sprechen. Okay. Okay. Jetzt hab ich... Nein, wo ist es denn? Da. Ich möchte aber gerne... ... auf den Antrieb schießen. Ich will das Schiff fahren. Lock for lor. Jetzt stirbst du. Antrieb. Warum kann ich jetzt nicht mehr auf den Antrieb separat schießen? Das Prinzip ist ganz einfach. Warum kann das nicht ganz locker laufen? Das wirst du bereuen. Das war's mit dem Graf Sprung. Im Visier halten. Du hast keine Chance. Den haben wir erledigt. Jetzt will ich den Antrieb zerstören. Komm schon. Hä? Jetzt ist er wieder komplett zerstört. Ewig folgen. Das verstehe ich nicht. Nein, ich will den nicht zerstören. Ich will den haben. Ich will jetzt wissen, wie das geht. Ist echt. Das geht mir auf den Sack. Das Prinzip ist ganz einfach. Gib deine Klarung, kann das nicht ganz locker laufen. Das wirst du... Auf jeden Fall ist unsere Schild die letzte Scheiße. Ach, da ist ja noch einer. Volltreffer auf den Grafantrieb. Er ist offline. Ach, Mann. Ja. Entschuldigung. Mein Führer. Das ist ein Zweier. Wo ist denn der Zweite? Schnauze. Gib deine Credits her, oder wir pusten dich. Muss ich ihn erfassen. Okay, Schild ist weg. Gas. Unser Grafantrieb ist tot. Knack die Hülle. Wo ist denn jetzt? Wo ist er? Da. Ja. 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 Auf dem Antrieb. Ach, Mann. Ach. Das Prinzip ist ganz einfach. Gib deine Credits her, oder wir pusten dich weg. Verstanden. Verstanden. Nicht gut. Unser Grafantrieb ist hinüber. Antrieb. Sie haben ihren Antrieb verloren. Jawohl. Jawohl. Los. Randa. Ich möchte ihn jetzt einfach so andocken. Nein, 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 nein. Das kannst du vergessen. Wo ist er? Nicht den. Andern will ich. Wo ist er denn? Meine Fresse. Hä? Nein. Der Feind bewegt sich wieder. Unser Antrieb ist aus. Okay, ich muss erst die anderen ausschalten. Das geht mir auf den Sack, ey. Ich will das Schiff haben. Das Prinzip ist ganz einfach. Gib deine Credits her, oder wir pusten dich weg. Verstanden. Wo sind die anderen? Die sind noch nicht da. Die spawnen erst dann rein. Das ist ja frech. Das ist scheiße, sowas. Für ein paar Credits zu sterben. Warum kann das nicht ganz locker laufen? Das wirst du bereuen. Feuer frei! So Schilder sind einfach kacke. Das ist das große Schiff, das will ich haben. Wo ist denn die anderen zwei, die ich nicht haben möchte? Das ist nämlich das gleiche Schiff, wie wir haben. Fass doch mal das Ding da vorne. Mann. Ohne Grafantrieb setzen Sie fest. Schilde müssen wieder hergestellt werden. Da haben wir jetzt noch einen. Und da haben wir den anderen. Wir haben wieder Schilde. Der Feind hat unsere Schilde zerstört. Feuer konzentrieren! Nein. Darüber will ich. Los. Wo ist er? Schilde sind bereit. Ja, dann reparier doch erst mal. Alter. Das geht mir auf den Sack, ey. Hä? Ich war doch gerade noch voll. Fuck dich, Junge. Das ist auf den Sack, ey. Mann. Ja, heil die Fresse. Ja. 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 Haffner ausscheidet sie aus vielleicht. Schäde des Ziels sind ausgefallen. Okay, das ist auch da. Unseren Grafsprung hat's erwischt. Nein. Ah, leck mich. Junge. Ach, so eine Kacke, ey. Sorry dafür. Das wird eine anstrengende Folge. Mit viel Gemäcker von mir. Ich lege mich jetzt schon auf. Ja, heil die Fresse. Komm, visieren an. Lützen an visieren. Sie haben unsere Kacke. Sie haben unsere Kacke. Das Prinzip ist ganz einfach. Gib deine Credits her, oder kann das nicht ganz locker laufen. Das wirst du bauen. Jetzt mal hinter, ne? Mal hinter, hinter ihm sind. Och, jetzt mach vorwärts. Und lock das Ding wieder. Zerstört das Schiff. Grafsprungsystem offline. Ich vergesse immer, dass ich die Scheiße repar... Wir sind voll, oder? Mann. Scheiße, Schiff, was ist das Ding? Was ist das Ding? Warum kann das nicht ganz... Die Klappe. Komm schon, Visier an. Komm schon, Visier an, Mann. Oh, ey. Eliminiert diese Szene. Unser Grafantrieb ist hinüber. Unsere Schilde sind schwer beschädigt. Schilde sind repariert. Also, ich war total cool. Ja, loskommen. Die sind gleich aus. Jawohl. Perfekt. Und zack. Die sind auch weg. Oh, shit. Hä? Nein. Leck mich am Arsch, ey. Das Prinzip ist ganz einfach. Gib deine Credits her, oder wir pusten dich weg. Warum kann das nicht ganz locker laufen? Ey, willst du mich verarschen? Ich hab grad auch draufgeschossen. Äh, meine Fresse, echt. Feuer, jetzt! Ach, wir haben den Sprungantrieb zerloren. Sehr gut. So, wo sind die anderen blöden Höhchen? Ah, Abtacke! Wo sind sie? Mal schauen. Was ist die? Die will ich doch nicht. Mann. Hey, in der Fresse, wo ist er denn? Oh, sie haben ihre Waffen zurück. Jetzt will ich verarschen. Jetzt visiert den da vorne an. Ey, meine Güte. Wieso visiert den da vorne an? Was zum? Unser Antriebssystem ist lahmgelegt. Ja, weil die will kaputt sind. Cool. Die Waffen sind ein Rotz. Diese Waffen sind so der Rotz, die ich drauf hab. Das gibt's gar nicht. Das Prinzip ist ganz einfach. Gib dein Bauern und kann das nicht ganz locker laufen. Das wirst du bereuen. Ja, halt die Klappe jetzt. Geht los. Wo sind deine Kollegen? Da hinten. Da, komm doch. Locken. Los. Lock den Ficker. Oh. Oh. Versuch ruhig aufzuhauen. Ja. Ha. Der Grafantrieb ist komplett offline. Verlegt dieses Schiff. Ihr Grafantrieb ist unten. Den Schildgenerator hat's voll erwischt. Oh, unsere Schilder sind wieder da. Ich hab euch verpisst. Unsere Schilder hat's erwischt. Falt neutralisieren. Stirb. Stirb. Schilde sind funktionsbereitig. Unsere Waffen hat's erwischt. Ja, jetzt repariert die Scheiße. Waffen sind wieder aktiv. Unsere Waffen sind offline. Ja, es ist down. Nein, 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 nein. Fick dich. Meine Fresse, echt. Das Sack ist, dass das alles so ein dumm gelegt ist. Du willst es hier umlegen einfach mal. Aber ich bin zu voll dazu. Da ist das große Schiff. Ja, die Fresse. Lock das scheiß Schiff da vorne. Ich will nicht abhauen. Ich will das scheiß Schiff da vorne zerstören. Oh, ich kriege gleich einen Kotzkrampf. Das muss ich schon sagen. Das Prinzip ist ganz einfach. Gib deine Credits her oder wir pusten dich weg. Verstanden. Ich habe hier nicht die volle Leistung. Warum habe ich jetzt schon wieder nicht die volle Leistung? Ey, das geht mir auch auf den Sack. Soll einfach und bleib am Leben. Hallo, ich würde gerne. Antworte. Gefälligst. Warum kann das nicht ganz locker laufen? Das wirst du bereuen. Ja, ja, bla bla. Verdecke. Da kann man was in der Eko legen. Da. Fall neutralisieren. Der Sprungantrieb rödelt. Und Ihr Sprungantrieb ist hinüber. Scheiße. Der ist da unten. So. Nächster. Jetzt. Jetzt gibt es eins aufs Maul, Junge. Ah, fuck it. Okay. Okay. Da kriegen wir es hin. Wir kriegen das hin. Es ist möglich. Okay, Mafio. Haltet die Freude. Haltet die Freude. Haltet die Freude. Zahle einfach und bleib am Leben. Warum kann das nicht ganz locker laufen? Das wirst du bereuen. Waffen bereit. So, los geht's. Komm. Wo sind sie? Da. Visier doch mal den Kerl da an. Legt sie um. Kein Grafsprung mehr. Warum lockt er jetzt den Kerl nicht? Im Visier halten. Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Ja, schau hin. Der ist doch noch da Warum ist denn der jetzt im Lock Ey Wo ist der andere Figger Meine Güte Warum hat er den im Lock Warum den Das ist sehr schön Ey Ich verstehe das Spiel nicht Ich verstehe es nicht Warum nimmt er den in den Lock Und nicht den Auf den ich schieße Ich verstehe das nicht Ich habe nichts gedrückt Ich habe den nicht mal In der Nähe gehabt Und trotzdem hat er den Im Block Ich raff es nicht Ich raff das nicht Das geht mir so auf den Sack Das Spiel Halt die Fresser Kann ich das irgendwie Ändern Kann ich das Irgendwie auf irgendeiner Beschissenen Taste ändern Dass ich nicht jedes Mal Den im Lock habe Ey Echt Das hat doch eben funktioniert Jetzt geht es auf einmal Wieder Ey Meine Fresse Das geht mir Gegen den Strich Ey Ich das Boah Ne Sorry für die ganzen Schlechten Laune Vibes hier Aber Echt Ja Echt Größer Da Wir müssen die Schilde wieder herstellen Warum habe ich jetzt die wieder drin Ich Ich will nicht mehr Ich habe kein Das Das Spiel ist so dumm Wo ist er denn Fliegt der um mich rum Oder was Mann Jetzt nehm den in den Lock Sie können nicht mehr springen Sehr gut Mann ey So und jetzt müssen wir den nur noch weg machen Nur noch Was jetzt Wo ist er Eliminiert dieses Ziel Ja Ey Ich Finde ich jetzt zum 15. Mal schon Im Kreis So Schilde Erstmal Da unten Hä Was Warum Landriebe Jawoll Wir haben es geschafft Wir haben es So fucking Schaf Die Ja Mann Geil Das Genau Einsteigen Ja Jetzt werden die so richtig schön Gefistet Und Ecken Sie kennen das Schiff besser als wir Boah ich hab Puls ey Ich hab so einen Puls So So wir gehen das hinten aus Ja Das ist nix Echt Rage Modus 1000 Hat ich gerade Innerlich Innerlich Das wird Hä 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 Ich brauche hier Hilfe was ist die security? mich verschwunden verteidigt das schiff ok mich, du nicht das sieht aus wie irgendwas hochgängiges muss er mit dir sprechen? ja, wir sprechen gleich mit dir komm zurück lass mal noch die Kippe hier erfunden! gleich hier! uh uh, ne 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 nicht gut die Nacht, die in der Hand haben, ist nicht gut ne ne wir verlieren! nicht gut! genau genau die 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 wer schießt denn hier? Ich glaube, ich habe doch die Knarre auf. Wo sind die? Hä? Ich habe doch die gleiche Knarre... Hä? Ach, Mann. Nerv nicht. 2, 6. Hm, okay. Ich habe noch etwas zu besprechen. Gut. Ich würde sagen, wir haben es. Wir fangen den haben sie nicht an, oder? Was aufwachsen. Was haben wir denn zu besprechen? Ich benötige deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Jawohl. Ob es dir gefällt oder nicht, wir vertreten in allem, was wir tun, die Constellation. Und du vertrittst sie gerade sehr schlecht. Ich würde es nie tun. Doch ich bin sehr versucht, dich inmitten dieser Unternehmung im Stich zu lassen. Warum? Bring das unter Kontrolle. Verstanden? Sie haben uns angegriffen. Willst du dich jetzt verarschen? Okay. Mit, mit, mit diesen... Whatever das gerade war. Ja, da wird die auf uns angegriffen. Die haben uns erpresst. Okay, damit verhindern wir die Folge erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Bye-bye. Aua. Das hat mir getan. Bis dahin. Vielen Dank.